Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge Clash Royale mit mir, dem Thorsten. Ich war jetzt einige Tage in Arena 8, habe allerdings diese Arena, muss man sagen, ich war schon wieder draußen und zwar hier unten bei 2178 und hatte auch schon mal wieder die Krise gekriegt, das Handy flog auch mal wieder durch die Gegend, aber dann gestern Nachmittag irgendwo in irgendeinem Café in irgendeiner netten Stadt schnappte sich mein Sohn einfach mal mein Handy und sagte so, ich mach das mal eben und fing dann an zu spielen und ich so, nein hör auf, ich will nicht weiter runter und so und er sagte, ey locker bleiben, ich bin ja schon lange in Arena 8 und weiß, wie man da reinkommt und schwuppdiwupp, 21, 20, 30 und 21 und schon war ich wieder in Arena 8, habe einmal richtig schlau geguckt, habe gesagt, ja Dankeschön, jetzt gib mir mein Handy wieder und da ich ja auch wieder selber spielen will, ich würde sagen, wir fangen die Folge einfach mal an mit den Truhen öffnen, gucken wir mal, was wir hier drin haben, wir haben ja immer noch relativ wenig Gold vor allen Dingen ausgegeben, wir fangen mal mit der Silbernen an, weil in dem aktuellen Deck, was ich zurzeit spiele, gibt es halt nichts zum updaten und habe aber eines vollkommen vergessen, da komme ich jetzt gleich zu, das übersehe ich auch mal gerne, so eben noch mal die restlichen Truhen hier machen, dann haben wir wieder alle Plätze frei und können richtig, oh den Eiskolem, oh den habe ich noch nicht, jawohl, ich habe den Eiskolem, hurra, super, super Sache, so liebe ich das, so kann der Folge gut anfangen, das ist eine seltene Karte, der Eiskolem auf Level 2 und ich könnte ihn natürlich noch nicht leveln, kann ihn noch nicht wählen, beziehungsweise ich könnte ihn wählen, aber kann ihn nicht leveln, nehme ich erstmal nicht, muss ich erstmal, muss ich mich mal schlau machen, was man mit dem machen kann, aber was ich völlig übersehen habe, es gibt ja eine Herausforderung mal wieder gratis, die spielen wir und ich würde sagen, ohne lang rumzuschweifen, mit meinem jetzt aktuellen Deck, mit dem mein Sohn drei Kämpfe am Stück gewonnen hat, hoffe ich doch auch mal, dass das hier was in der Herausforderung wird, Gucken wir mal, beziehungsweise, oh hier muss man ja die Karten wählen, ach Herr Jene, okay, da geben wir ihm mal, oh das sind Karten, die kenne ich nicht, muss ich sagen, die kann ich nicht spielen und da weiß ich gar nicht genau, was ich wählen muss, ach Herr Jene, okay, dann nehmen wir lieber mal die, mal gucken, welche wir dann noch dazu bekommen, das ist eine sogenannte klassische Herausforderung, sowas habe ich ja noch gar nicht wirklich gespielt hier, das ist natürlich schon eine richtig krasse Sache, muss ich sagen, Gucken wir mal, ob wir nicht gleich hier richtig rein stürmen können mit unseren Hockrider, mit unserem Magier und, okay, da kommt er mit dem Kampfholz, aber mein Magier schafft noch mal einen Hit auf den Turm, schafft noch einen Hit auf den Turm, jawohl, das ist schon mal nicht schlecht, wir ziehen hier mal den Ritter nach und ich würde sagen, okay, da zieht er den nach, dann muss ich jetzt allerdings schon ein bisschen kontern hier, das geht nicht anders, die muss ich ein bisschen ablenken, ich denke mal, da wird mein Turm fallen, wenn er mir nichts entgegenzusetzen hat, ich gucke mal, weil das ist jetzt nicht so gut gewesen, da macht er zwar was mit dem Eismagier, aber ich kriege seinen Turm und er kriegt aber sicherlich auch meinen Turm, oder? Na, kriegt er noch meinen Turm, gucken wir mal, ah, das sieht noch nicht so aus, oh, mein Turm hat noch überlebt, oh, er giftet gleich, okay, Ritter hier reingeworfen, damit er nicht gleich anfängt, auf meinen zweiten Turm zu gehen, wir haben einen von seinen Turmen, das ist natürlich schon nicht schlecht, das ist ja eigentlich immer das, was ich mir wünsche und mal gucken, was er dem noch entgegenzusetzen hat, okay, er hat hier den Eisgolem und kommt jetzt auch mit einem Drachen daher auf Level 4, jetzt muss ich mich natürlich ein bisschen sputen, ah, dieses alte Holz, das mag ich natürlich gar nicht, aber der Drachen ist jetzt schon weg, die Walküre und, jawohl, und der Magier schaffen den in jedem Fall und ich würde sagen, wir verteidigen oder wir greifen an, ich kann es noch nicht genau sagen, okay, er kommt damit, dann setzen wir ihm einfach mal das Ding hier vor die Nase und dann muss er ja auf der Stelle irgendwie was zur Verteidigung schicken, weil der fängt jetzt gleich an zu ballern, beziehungsweise der fängt darauf an zu ballern, der Golem wird dort rauf gehen und dann schicken wir mal einiges an unseren Randtruppen rein, hockt nochmal hinterher, mal gucken, wie weit er geht, wenn der so einen Einschlag macht, einen Schlag, zwei Schläge, jawohl, das sieht gut aus, Magier hinterher und jetzt kommt er zwar hier auch noch wieder mit dem Eismagier, macht aber nix, den hauen wir mit unserer Walküre um und unserem Magier, er giftet jetzt zwar, aber ist mir egal, ich ziehe gleich mal den X-Bogen nochmal hinterher, der fängt ja einfach so wahllos an zu ballern und nach wie vor sieht das relativ entspannt aus, er kommt hier zwar jetzt schon mit einem Tesla, der setzt mir ein bisschen zu, aber es macht nichts, wir hauen mal den Schweinereiter hier hin, fangen gleich an mit der Verteidigung unseres Turms und ja, sind jetzt nicht rangekommen, das macht aber nichts, drei Sekunden noch zu überstehen, das ist unser erster Sieg, super Herausforderung, ich würde sagen, wir machen gleich noch eine daran, damit haben wir einen Sieg und schauen wir mal, was die Folge noch so rausgibt, das Deck ist in Ordnung, finde ich, mal gucken, wie es jetzt im zweiten Kampf läuft, oh, da kenne ich, nee, 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 den nehme ich auf jeden Fall nicht, die kann er haben, da wähle ich mir mal den besser aus, ja, der Hock ist ja immer nett, oh, das Ding werde ich verlieren, das Ding werde ich verlieren, glaube ich, da habe ich mir jetzt scheiß Karten zugeteilt, allerdings mal gucken, was ich noch so im Deck habe und ja, das sieht ja ganz gut aus, damit kann man auf jeden Fall irgendetwas machen, denke ich mal, den Holzfelder kenne ich natürlich gar nicht, das ist natürlich mal wieder so eine Truppe, wo ich sagen muss, das kennst du nicht, okay, da kontert er da schon mit, jetzt haben wir aber schon so ein bisschen was in der Hinterhand, was haben wir denn da am Turm, okay, ich würde sagen, wir ziehen mal gleich einen Hock nach, Hockreiter hier im Deck ist immer nett, wir haben ja noch ein bisschen was im Backup, da muss er jetzt in jedem Fall reagieren und, aber das sieht schon mal ganz gut aus, ja, da haben wir schon so ein bisschen was von dem Türmchen geschafft, die habe ich auch noch nie gehabt, Donnerwetter, jawohl, das ist eine Queen, so wie ich das sehe und jetzt startet er hier schon mit einem Flunky, das ist ja genau der, den ich mag, das ist genau der, den ich richtig gut abkann, nämlich gar nicht, aber mal gucken, ob wir den nicht kontern können mit irgendetwas, wir haben nämlich schon einen seiner Türme und haben auch seinen Flunky eben mal geschafft, er kommt hier unten jetzt zwar mit seinem Butler, aber den lassen wir nicht so lange leben und oberstes Ziel ist mal wieder Turmverteidigung, unsere Queen macht hier ganz genüsslich schon mal den mittleren Turm, das ist ja vollkommen in Ordnung, wir hauen hier jetzt mal so einen Hidden Tesla hin, mal schauen, der ist natürlich nicht wirklich hidden, aber er ist immerhin ein Tesla hier, da ziehen wir gleich nochmal die Queen hin, die ja hoffentlich jetzt den Golem so ein bisschen verteidigt, aber er hat da hinten auch eine Queen, mal gucken, Queen gegen Queen, ach ne, das sind beides meine Queens, ah, das ist ja sehr cool, dann hauen wir hier mal einen Holzfäller rein, der geht nach da, da haben wir natürlich jetzt nichts, der lässt zwar jetzt Wut hinterher, aber meine Queen, meine beiden Queens, jetzt sind sie natürlich weg, das macht aber nichts, wir ziehen mal einen Hockey rein, da muss er darauf reagieren und oder er lässt mich hier jetzt durchlaufen, nein, macht er natürlich nicht, was ist denn eigentlich mal Rakete auf diesen Flunky hier, das hat, hat das funktioniert, ja, das hat funktioniert, wunderbar, sauber verteidigt und, oh, wir haben hier jetzt das böse Zeichen, ah ne, da kommt es doch noch, okay, alles nicht so schlimm, wir ziehen mal den Holzfäller hier rein und gucken mal, dass wir den mittleren Turm jetzt kriegen, Flunky muss weg, der geht durch, der muss durchgehen, jawohl, wunderbar, das ist eine Folge, das gönne ich mir, das liebe ich so und, aber bei diesem Hype hier, dieser beiden Kämpfe, belasse ich es jetzt auch erstmal, mal gucken, ob ich noch einen Dritten heute starte oder schaffe, mal schauen, die Herausforderung geht ja auch nicht mehr so lange, soweit ich weiß, endet in zwölf Stunden, sechs Minuten, das heißt, ich muss mich ein bisschen sputen, aber ich finde, das war eine richtig gute Folge, richtig gute Kämpfe und ich würde sagen, wir sehen uns beim Thun befüllen in einer weiteren Folge, wenn es wieder heißt, Toto Clasht Clash Royale, bye, bye.